Salut! Ça va? Nee. Hab ich geliebt. Hab ich geliebt. Keep it. Auf jeden Fall schön, dass wir uns wieder hören. Daniel, guten Tag. Guten Tag. Heute ist einfach die letzte Rings of Power Step by Step Durchsprechung. Also das offizielle Ende der dritten Staffel Step by Step. Ich finde, so hört sich das einfach viel, viel geiler an, wenn wir sagen, dass es eine Staffel ist. Es hört sich aber auch ein bisschen traurig an. Es ist ein bisschen traurig, aber jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Aber darüber können wir am Ende nochmal zu sprechen kommen. Wie es mit Step by Step weitergeht, ob es vielleicht da draußen noch Leute gibt, die uns weiterhören möchten, die möglicherweise auch noch die Serien weitergucken, die wir dann gucken werden. Aber das werden wir dann sehen. Heute besprechen wir erstmal die letzte, also große Staffelfinale von Rings of Power. Wie es uns gefallen hat, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen gemerkt, dass ich glaube, die Geister, also dass ich die Intensität der Gefühle etwas... Bisschen unterschiedlich. Aber genau, mehr dazu nach dem Intro. Step by Step Der Serien-Podcast Für deine Ohren Step by Step Uh, Serien Step by Step Uh, Serien Willkommen bei Step by Step Okay Sieben Wochen sind rumgeflogen Und wir haben uns gedacht, jetzt zum Finale, schon mal als kleinen Disclaimer, haben wir uns gedacht, wir ändern jetzt, ganz nach dem Motto, never change a running system, ändern wir für die letzte Folge unser System. Einfach weil Einfach weil wir es können Und weil das Finale an sich sehr viele Dinge, ich fange jetzt einfach direkt schon an zu spoilern. Also Leute, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann ausmachen, 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 ganz schnell ausmachen, weg, geht, geht Geht, verschwindet Außer es interessiert euch eh nicht und ihr wollt einfach nur unseren Stimmen lauschen Das respektieren wir sehr Sehr Ähm, ja, also viele Sachen, die in dieser Folge passiert sind, haben wir in den letzten Folgen schon zu Genüge besprochen, zu Genüge prognostiziert Es bestätigt sich eigentlich nur sehr vieles, worüber wir schon in aller Ausführlichkeit geredet haben in unseren letzten Podcasts, also falls ihr da nicht up to date seid, ähm, hört da gern nochmal rein Deswegen würden wir jetzt diese Woche das so machen, dass wir zwar auch wieder Handlungsstrang für Handlungsstrang durchgehen, aber wir versuchen das bisschen schneller zu machen, dass wir da schneller durchkommen Und unseren Fokus mehr auf eine Besprechung von den Entscheidungen legen, die gemacht worden sind, was wir davon halten Vielleicht eine, also einfach einen längeren und größeren Fokus auf das Fazit zu der Folge, auf unsere Gedanken zu der Folge Äh, wie wir das finden, was die Serie jetzt hier im Finale gemacht hat, denn da gibt es definitiv mehr zu besprechen, als wenn wir uns da jetzt sehr doll auf dem Inhalt verbeißen Das hast du sehr schön gesagt Danke Ähm, zur Reihenfolge Wir fangen mit dem kleinsten Handlungsstrang an, das sind die paar Szenen, die mit den Numenor-Figuren zu tun haben Und dann gehen wir über zu den Haarfuts Haarfuts Und zum Schluss Zu den Haarfüßen Und zum Schluss sprechen wir dann über die, über die große, große Enthüllung Die, ähm, wie nennen wir den Handlungsstrang? Ähm, Hellbrand Galadriel Spice Spaß Der Hellbrand Galadriel Spice is dying Handlungsstrang Ja, ja, den können wir so nennen Genau Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt los mit, doch, mit den lieben Numenorianen Ähm, take it away, Eurn Yeah, take it away, Eurn Yes Sorry Also, ähm, wir steigen ein bei einer Szene, die übrigens kleiner Funfact, den du nicht verstehen wirst Aber alle Leute, die, alle Leute, die es wissen, wissens, weil die Szene, die da passiert mit dem, mit dem König, die ist super ähnlich wie eine Szene in einer anderen Serie Die du nicht gesehen hast, das weiß ich Aber es ist witzig, ein witziger Vergleich, äh, if you know, you know Aber der, ähm, alte König ist auf jeden Fall im Sterben und, äh, verschiedene Menschen werden dahin berufen, um ihn zu zeichnen, damit sie ihm so eine Statue in Unsterblichkeit, äh, verleihen können Also ihn in eine Statue verdingsen können, damit er den Tod über, äh, überlebt Äh, da ist unter anderem Earian dabei und da kommt es dann zu einer Szene, wo er sie verwechselt mit Miriel und ihr sagt, ihr so den Weg ebnet, dass sie nach oben in das Zimmer geht und in diesen Palantir reinguckt Das sind so, es sind nur ein paar kurze Szenen, die dann auch tatsächlich nicht mehr weiter aufgelöst werden Äh, es ist natürlich davon auszugehen, dass er da jetzt, äh, dass sie in dem Palantir auch den Untergang von Lumenor sieht, weil Alle Menschen, Elben, die da reingeguckt haben, haben den Untergang von Lumenor da drin gesehen Also ist das wahrscheinlich dann ein Plot-Device, was halt in der nächsten Staffel wieder aufgegriffen wird Das sind hier so ein paar kleine Handlungsfäden, die überbleiben, unter anderem auch mit Pharrason, der da, bei dem man schon sieht Also ich habe ja auch in der zweiten oder dritten Folge schon darüber geredet, dass die Leute in Lumenor ja diese Statuen erbaut haben, um gegen die eigene Sterblichkeit anzugehen Dass die alten Könige alle so eine Statue haben und dass man diese Motivation jetzt schon sehr bei Pharrason sieht Dass man das auch in seinem Dialog durchscheint, dass das eben zum großen Handlungsmotiv wird Da haben wir auch schon super viel drüber geredet Ähm, und es gibt so eine Einstellung, die sehr doll, also, weil der König dann halt auch stirbt Ähm, und Pharrason, also die letzte Einstellung aus Numenor ist, wie Pharrason neben diesem Bett sitzt und ihn so anguckt Und man direkt im Subtext merkt, das wird auf jeden Fall in der nächsten Staffel zu, ja, so Kraftverschiebungen kommen Äh, haben wir auch letzte Folge schon drüber geredet, dass eben Pharrason höchstwahrscheinlich zu einem größeren Spieler in dem ganzen Numenor-Konflikt wird Und, äh, es dann halt schwieriger wird für Miriel, ihre Position als Nachfolgerin von Tar Palantir anzutreten Und da ist dann auch die Brücke zu der einen Szene, die wir mit Miriel haben Die, ich weiß nicht, ob du das Ganze entstanden hast, aber übte sie so zu wirken, als wäre sie nicht blind? Ja, aber das würde ja gar keinen Sinn ergeben, dass sie dann aber auf dem Schiff die ganze Zeit mit dieser Eben Mit dieser, mit diesem Schild herumläuft Also, ich glaube nicht, aber ich glaube, sie möchte das auch nicht an großen Haken hängen, wie heißt das? Glocke Ich weiß nicht Ja An die große Glocke hängen An die große Glocke, genau, oh Gott Ähm, also deswegen, ich denke, ich finde es ein bisschen komisch Ich glaube, sie will halt nicht, dass es als Schwäche rüberkommt, weshalb sie versucht, möglichst selbstbewusst damit aufzutreten und sehend rüberzukommen Weißt du, was ich meine? Ja Also, wir haben ja letzte Woche schon spekuliert, dass das halt durch diese Erblindung, durch ihre Erblindung dazu führt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so krass viel was zu sagen hat, bald Wir haben auch drauf spekuliert, also ich vor allem, dass Elendil ihr in den Rücken fallen wird, weil er da, weil er gegen die Elben ein bisschen gehetzt hat in der letzten Folge und bereut hat, dass er Galatil aus dem Wasser gezogen hat Diese Charakterentwicklung geht auf jeden Fall wieder rückwärts Ähm Aber in so einem schnellen Tempo, also ich fand es viel zu schnell Naja, also ich kann es schon verstehen, ich kann beide Motivationen verstehen Ähm, ja, wir hätten mehr Zeit gebraucht, um ihn zu sehen, wie er das verarbeitet, dass Isildur gestorben ist Gestorben, in Anführungszeichen Ähm Ja, weil das sei ja die Grundmotivation dafür, dass er letzte Woche gesagt hat, boah, ich hasse alle Elben Und ich bin keiner mehr von diesem Faithful Aber Ja, wenn er das dann halt verarbeitet hat und da wieder Dann auf Mirils Seite ist, vielleicht auch aus Einfach aus Zusammenhalt mit ihr, weil sie jetzt auch erblindet ist Ähm Ergibt das schon Sinn, aber wir hätten da vielleicht mehr Zeit gebraucht Andererseits muss ich sagen, schon die Zeit, die wir jetzt in dieser Folge mit den Handlungssträngen verbracht haben War, die Hat sich angefühlt, als müsste es nicht drin sein Also schon wieder, immer wenn es zurückschneidet zu Numenor, Sachen, die mit Numenor zu tun haben Da bin ich einfach nicht so, nicht so drin, wie bei den anderen Handlungssträngen Ja Ja Aber ja, Fazit ist, äh, der König stirbt, ähm, und es wird nächste Staffel höchstwahrscheinlich zu Machtkämpfen kommen und Miriel und Elendil sind die eine Seite, während Pharrason auf der anderen ist Und da, ja, werden wir wahrscheinlich dann nächste, nächste Staffel ein bisschen Game of Thrones Light Variante sehen, vermute ich mal Ja, vielleicht auch noch so ein bisschen, ich fand's halt, ähm, krass wie heuchlerisch einfach Pharrason da steht Und so, ja, ja, der hat alles verdient, dieser König, obwohl sie ihn einfach verbannt haben in diesem kleinen Turm Aber ja, wenn er jetzt stirbt, ist er wieder der große König Ja, Pharrason ist ein Schlitzohr Ein Schlitzohr, das ist viel zu nett Der ist eine linke Bazille Ja, aber dann, damit würde ich's auch schon belassen Also Genau, und dann können wir jetzt direkt weitermachen mit den Harfords Ähm, so, es ist jetzt so, dass der Stranger, der ist ja am Ende der letzten Folge abgehauen Und geht jetzt in den, also ist in diesen Wald, also der Wald wird Düsterwald irgendwann heißen Äh, zu Herr-der-Ringe-Zeiten, aber jetzt gerade heißt er noch Greenwood Kleine Anmerkung Weißt du noch, was ich letzte Folge gesagt hab, dass sie einfach die Nameneinblendung die ganze Zeit hätte machen sollen Vor dem, vor dem Mordor-Ding Wo ich gemeint hab, Leute, warum habt ihr jetzt nicht die ganze Folge gemacht Warum müsst ihr jetzt so eine peinliche Einblendung von Southlands zu Mordor machen Und jetzt, eine Folge später, ohne Grund Ja Wird's gemacht, wird dieses Greenwood ein... Ich fand's auch komisch Sorry, ihr wollt's nur kurz einwerfen Weird Ja, ich fand's auch, also ich hab, ich musste ja exakt das gleiche denken Ich war so, hey, das haben die aber vorher nicht gemacht, oder? Oder wir haben's übersehen, aber ich glaube nicht Nee, wir haben's nicht übersehen Alter Mh, genau, auf jeden Fall, äh, tapst er da durch die, durch den Wald Also ist er wirklich sehr tapsig Auch ein bisschen süß Mh Und verliert seinen, den Apfel, den Nori ihm geschenkt hat Der dann so wegrollt Und dann sieht er da Nori aber mit weißen Augen Und wer ist das? Slim Shady Sauron Slim Shady Sauron düst mit ihren mystischen Kumpaninnen zu ihm Also zum Stranger und nennt ihn Sauron Oder, oder sie, sie gehen davon aus, dass der Stranger Sauron ist Ähm, er ist sichtlich verwirrt Und da fängt ja dann das Intro an Die haben das so ein bisschen als Aufhänger gemacht Was ich irgendwie weird finde Diese Also, ich fand eh den ganzen Handlungsstrang ein bisschen Auch schnell abgefrühstückt irgendwie Aber dazu können wir ja später nochmal mehr sagen Mh, genau Auf jeden Fall haben wir dann diese Gruppe an Diese, diesen mystischen Menschen Die ihm sagen Dass er diese Erinnerungslücken hat Weil diejenigen, die sie, die ihn runtergeschickt haben Auf die Erde seinen Hirn irgendwie Benebelt haben Und erklären ihm aber auch Und das ist eine Information, die er gebraucht hat Wirklich, dass diese Sternenkonstellation Die er sucht Ähm, wohl auf Huhn zeigt Oder dass das Huhn sein soll Und nochmal, ähm, uns kurz erklären Was Huhn eigentlich ist Huhn ist Genau der Ort, wo diese, die Osterlinge chillen Und das Sind die, die ja Ähm, Sauron-SympathisantInnen sind Ähm Und dann später Elefantenreiten Ganz wilde, ganz wilde Menschen So eine ganz wilde Menschen Die ich aber auch wirklich nur wegen der Elefanten mag Ähm, genau Wir mögen die Elefanten Und das Nicht die Menschen Wir mögen die Elefanten Ne, genau, exactly Ich finde auch, wie auch die Pferde Die Elefanten sind eindeutig Opfer des Krieges Opfer des Systems Die sind nicht per se böse Die sind Opfer des Systems Ähm, genau Dann Haben wir, ähm, den Stranger Der irgendwie so ein bisschen seine Kontrolle dann verliert Oder, oder so, so Wahrscheinlich kommt es der aus der, aus der Überforderung Der ganzen Situation Und Jetzt gerade ist es noch so Dass diese magischen Menschen Irgendwie stärker sind als er Und ihn, ähm, niederkloppen Und Genau Dann Ist es so Man weiß nicht wirklich, was mit dem Stranger passiert Aber wir haben ja auch schon herausgefunden Dass die Harfords Also Sadoc Äh, die Mutter von Nori Nori und Poppy Auf dem Weg zum Stranger sind Und um ihn vor diesen Shapeshifting Menschen Oder vor diesen Ne, zu Von, äh, ja Diese mystischen Menschen Von den Slim Shadies Slim Shadies halt Ähm, zu warnen Aber, ja, Newsflash Er kommt ein bisschen zu spät Ähm, dann Alles, was Nori sieht Ist der Stranger Wie er an so einem Baum Ganz dramatisch gekettet ist Will ihn befreien Und ganz ehrlich Ach Mann Das war schon wieder dieser Moment Man sieht zwei von diesen mystischen Leuten Und Slim Shady ist weg Ja Und sie, sie sehen das Und merken das Aber trotzdem Gehen sie zum Stranger Der ja dann offensichtlich Irgendwo beobachtet Oder das, also Naja, also ich kann das schon verstehen Wenn sie das Argumentation Die Argumentation zwei Sind besser als drei Ist schon It checks out Ja, aber Wo ist dann Slim Shadiesauron? Also und die wissen ja auch Dass diese Dinger irgendwie Sich rumbeamen können Ja, aber dass sie Gestalt wandeln können Wussten sie nicht Das wussten sie noch nicht Das stimmt Und dann Genau, aber es kommt raus Der Stranger guckt Nori an Und hat wieder diese weißen Augen Wie auch schon Die Slim Shady Version Von Nori bei dem Stranger hatte Also gibt es dann wieder Eine coole Shapeshifting Action Richtig cool Die ist richtig nice Ich muss eh sagen Diese ganzen Szenen mit denen Finde ich richtig cool Auch so Kamera Also die Kameraführung Und sowas Ich liebe es Ja, es ist so geil Da ist jetzt so diesen geilen Winkel Von unten Dann dreht sich die Kamera Und es fällt so ab Die Gestalt vom Stranger Und dann Macht sie einfach den Most sassy Schritt nach rechts Mit ihrem Bein Und es ist einfach Es ist einfach ein Moment Das ist der Moment Der Folge Es ist einfach Der Moment Genau Und dann sehen wir Sedok versucht ja den Den Stranger dann zu befreien noch Bekommt aber ein Messer ab Von Slim Shady Sauron Dadurch, dass ja Sedok So einen leichten Redemption Arc bekommen hat Dadurch, dass er ja mit Von der Partie ist Ist das natürlich jetzt auch Ein bisschen sad Dass er da verletzt wird Aber irgendwie auch nicht Ja Aber Sagen wir so Es kommt dann zu einem Großen hin und her Sie knüppelt sich alle Gegenseitig nieder Sedok hat noch Einen kleinen Moment In dem er so wohl Genug Kraft hat Das Messer zu nehmen Und Den Der mystischen Person In den Fuß zu ballern Wodurch ist ein leichten Ich glaube es ist Slim Shady Sauron Ich habe gerade nicht mehr So ganz den Überblick Es war ja Oder Nee Ist eine von den anderen Eine von den anderen Okay, tut mir leid Die mit dem Helm Ah Nomad Müsste das sein Genau Die bekommt auf jeden Fall Ein Messer in den Fuß Und schreit übrigens Sehr unmenschlich Ja Und deswegen Also die Frage ist halt Wirklich Sind es wirklich Menschen Wir haben es halt Bei dieser Amazon Bei diesen Wissenswertdingens Gelesen Dass es halt Menschen gibt Die irgendwie Magische Fähigkeiten haben Aber Ja Das ist halt so ein bisschen Das confirmt es halt Eigentlich ein bisschen Dass Amazon das da Selbst reinschreibt Aber ich bin ganz verwirrt Weil Ich bin auch ganz verwirrt Weil guck mal Das Mithril 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 Wurde Ganz komisch Übererklärt Was niemand gebraucht hat Aber diese Interessanten Extrem cool gekleideten Leute Wird nicht erklärt Und das gefällt mir Überhaupt nicht Weil die interessieren mich Wirklich Einmal sind die Szenen Mit denen übelgeil Die sind richtig cool Geschauspieler Das Das ist so Voll viel Andehnen Ist einfach sauspannend Und interessant Und jetzt Ja Aber gut Dazu kommen wir jetzt Da gleich Es ist nämlich dann so Dass Nori Also der Stranger Wurde auch Wieder niedergeschmettert Die Halfwoods Werden in die Ecke getrieben Und Dann Überzeugt Nori Den Stranger Davon Zu helfen Und dass er doch gut Nachdem diese Slim Shady's Da Ihn davon überzeugen wollten Dass er Sauron ist So Und ich mochte Einmal Wie das geschauspielert war Von Nori Also Fand ich eine ziemlich gute Szene Die war Fand ich nicht cringe Und Oft ist es in diesen Szenen Sehr sehr schnell cringe Aber Fand ich Gut umgesetzt Und Im Endeffekt Schafft es dann auch Nori ihn zu überzeugen Und ihm sozusagen Kraft zu verleihen Und der Der Stranger Wird dann noch Von den Ähm Ista genannt Übersetzt Wie es später rauskommt Der Weise Oder auch Zauberer Also Ja Sehr sehr starke Hinweise darauf Dass es wirklich Gandalf ist Aber Die weiteren Hinweise Kommen auch noch Später im Gespräch Und er Bringt Die drei um Dann gibt es da Einen ganz komischen Shot Der so Also wo diese Drei Leute Die gerade so Aufgelöst werden Ganz grotesk aussehen Und so ein bisschen Unseen World Vibes Wohlhaben Ja So wie die Wie die Nahschool Genau Wenn Frodo den Ring Auf hat Genau Auf jeden Fall Vielleicht hoffe ich Die sind ein Plot Device Ähm Ich finde es tatsächlich Also ich habe jetzt Gerade auch drüber nachgedacht Ich finde es okay Dass die Nicht so doll Erklärt sind Äh Weil zum Beispiel Das Mithril Du hast ja auch schon gesagt Das ist ja über erklärt Das brauche ich nicht Ich finde es auch cool Wenn ein paar Sachen Absichtlich Waage gehalten werden Natürlich ist es mit der Lore jetzt ein bisschen Weil diese Die Slim Shadys Machen wirklich Sachen Also Slim Shady Sauron Brennt ja den ganzen Wald ab Und Kann Leute einschläfern Und Gestalt wandeln Und der ganze Kram Das ist schon Sachen Die man auf jeden Fall In der Original Trilogie Nicht gesehen hat Also so Vom Vom Kraftlevel her Einfach Das geht wohl auch Also so Im In Silmarillion Sind auf jeden Fall Auch noch verrücktere Sachen Die Leute machen Aber Immer Von Menschen Äh Von Wesen Wo Es dann nachvollziehbar ist Dass die das auch können Ja Also keine Ahnung Wer das jetzt war Aber ich kann damit leben Dass sie so Vage waren Dass sie jetzt einfach So eine coole Nebengefahr waren Aber sie sind halt Dann Schon Sie hatten zu wenig Zeit Um Um wirklich Einen Impact Zu machen Also so Die sind jetzt Superspät erst gekommen In den Handlungsstrang Die ja eh Eher vor sich hin Getrieben ist Und Dann sind sie auch Bisschen vor sich hin Getrieben Haben einmal das Camp Abgebrannt Und jetzt sind sie Selber Aufgelöst worden Ich glaube übrigens nicht Dass die zurückkommen Ich glaube die sind Die sind fertig Komplett Ja Also das Ich hätte gerne mehr Von ihnen gesehen Ich hätte gerne mehr Gewusst wer die sind Und ich finde es halt Schade Dass sie so schnell Abgefrühstückt wurden Und jetzt Ja Wobei sie auch Also so visuell Haben sie uns auf jeden Fall Jetzt super viel gegeben Also der Ich mochte den Kampf Zwischen Slim Shady Sauron Und dem Stranger Sehr gerne Das hatte mir tatsächlich Auch ein bisschen Die Vibes gegeben Von Saruman Und Gandalf Weil der auch so Schräg So waagerecht In der Luft war Und so rumgewirbelt ist Also die Magier Magierkämpfe Sanya Also auf jeden Fall In die Gefährten Ist es ne Sieht es auch ein bisschen So aus Aber generell Die Inszenierung Von denen War super cool Also rein visuell Haben sie mir jetzt Gerade super viel gegeben Aber ja Es ist schade Dass sie jetzt Dann Schon Die Bühne verlassen Ja Also vielleicht Kommen ja nochmal Wesen Oder Menschen Oder was auch immer Die sind Wie sie Irgendwie Zum Vorschein Keine Ahnung Ich Ich fand es super schade Ich mochte sie Sehr gerne Onscreen Und hätte gerne Mehr von ihnen gesehen Und ja Naja Ja Shoutout an die Schauspielerin Von The Dweller Ja Einfach krasse Krasse Bildschirmpräsenz Super Spaß gemacht Dazu zu gucken Übel Übel Also Ich hatte wirklich Ein bisschen Angst Angst vor ihr Ich sag wie es ist Und auch wenn die Geredet haben Voll oft finde ich Ist es so bei Wenn Leute so Rollen spielen Und erstmal nicht reden Dass die viel mehr Impact haben Und sobald sie Anfangen zu reden Dieser Impact Verloren geht Weil eben in dieser Stille Diese Kraft wohnt In diesem Du weißt nicht wie die sind Die geben dir nichts Auch voll oft in So Horror wird auch voll oft So aufgebaut Dass man ja nicht wirklich Also dadurch dass denen Eine Stimme fehlt Ist da immer dieses Mystische Element Und man stellt sich da Immer mehr vor Als dann da ist Aber es war halt Selbst als sie dann Geredet haben Und auch ganz normal Dann gespielt haben Und mehr Und Screen waren Blieb diese Energie gleich Ja Das schaffen nicht Viele Wobei ja auch Slim Shady Sauron Bis zum Ende Nichts gesagt hat Und ich glaube auch Durch diese Durch dieses Spiel Dazwischen Dass die Die beiden Anderen So die Die waren Die geredet haben Und Slim Shady Sauron Die war mit diesem Zauberstab Und den Ultra krassen Magiekräften Die den ganzen Wald Abbrennen Hatte das so ein Ja Es hatte So eine eigene Energie Die sehr viel Spaß Gemacht hat Also ja Ich meine Im Endeffekt Alle zusammen Haben so eine Einheit Ergeben Dass man das irgendwie Für mich Wenn eine Person Geredet haben Haben wir irgendwie Alle geredet Und Ja Die haben einfach Spaß gemacht Das sich anzugucken Die Frage ist Wie lange das Funktioniert hätte Tatsächlich Das stimmt Also so Als Nebenplot Device Sind sie glaube ich Schon richtig Funktionieren sie Einfach richtig gut Aber als richtige Figuren Mit einem eigenen Mit einer eigenen Handlung Dann ist glaube ich Ada der sehr viel Kompetentere Nebenbösewicht Also Vielleicht ist es auch Also es ist eigentlich Ich würde sagen In meiner Meinung nach Die sinnvolle Entscheidung Die hier an der Stelle Rauszuschreiben Ähm Oder in In den Hintergrund Zu schreiben Aber schade Dass sie nur Eine Szene Bekommen haben Um zu funktionieren Warum wurden die Nicht früher etabliert Warum Das frage ich mich Von Anfang Das habe ich Wirklich Ich check's nicht Ja Also die Haarfurts Dümpeln so viel rum Der Hand und Strang Aber das ist mehr Ein Staffelfazit Da kommen wir Irgendwann anders Zu Ja Genau Also jetzt Aber gut Was daraus Aus dieser ganzen Sache mitgenommen Wurde ist Dass der Stranger Jetzt auf jeden Fall Ein Zauberer ist Was irgendwie Wir ja auch wussten Aber egal Wir wissen es jetzt Klar I guess Ähm An dem Punkt Von dem Von der Folge Wissen wir jetzt Auch ganz klar Das ist halt nicht sauer Und das habe ich Von Anfang an gedacht Dass die das Irgendwie falsch Als die das gesagt haben Saß ich vor meinem Bildschirm Genau in dem Moment Wo sie es gesagt haben Ich habe die Folge Wieder mit wem anders geguckt Und ich habe einfach Ich habe laut gesagt Es ist ein Bait Bullshit Bullshit Jaja Ich habe es keinen einzigen Moment geglaubt Keine Sekunde lang geglaubt Ja Was nicht ganz Für die Folge spricht Muss ich sagen Eigentlich Bedeutet das Ich Okay Weiter So Aber jetzt ist Wird sozusagen Die Heldenreise Von Von ihm Weiter fortgeführt In der zweiten Staffel Wird es wohl Um seinen Weg Nach Run gehen Oder das ist jetzt Sein neues Ziel Ähm Sedok stirbt Während sie alle zusammen Noch ganz ruhig Den Sonnenaufgang Angucken Fand ich eine schöne Szene Hat mich emotional Nicht ganz so gepackt Aber dagegen Hat mich Das was danach kam Emotional Voll mitgenommen Und zwar Es gibt ja dann die Konversation zwischen Nori und dem Zauberer Und Er gibt eine sehr Gandalfeske Aussage Dass man Adventures Immer teilen sollte Oder gerne teilen sollte Weil sonst ist es Also es ist kein Adventure Wenn man es nicht teilt Und Dann sagt ja Nori Erstmal ja Sie glaubt Sie hat genug Adventure for now Und Geht zurück Aber dann Drängt die Familie Sie dazu Da mitzugehen Es kommt zu einer Verabschiedung Die sehr sehr Wholesome ist Und Dann Kommt eine sehr 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 Schöne Und ich muss wirklich sagen Das Klischee E hoch 10.000 Aber die Verabschiedung Zwischen Poppy und Nori Ja ich habe geweint Ich habe das Gefühl Ich habe mich viel zu sehr Mit diesen beiden Identifiziert Oder irgendwie Ich habe diese Dynamik Echt gefühlt Zwischen denen Dann haben wir immer wieder Diese kleinen Sachen Von Poppy mitbekommen Wie sehr sie Diese Die Harfords braucht Dass sie ihre Familie Verloren hat Ich fand das ist ein sehr Dezenter Handlungsstrang Von Poppy Der für mich Komplett funktioniert Diese Figur funktioniert Es ist eine Kleine Figur Aber Ich habe am Ende Dieses Als sie gemeint hat Dass sie nicht versteht Dass alle Menschen Die sie Oder alle Menschen Alle die sie liebt Und sie verlassen Habe ich komplett gefühlt Und Also nein 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 Also ich meine im Sinne von Ich habe es auf Onscreen Gecheckt So Das hat die Schauspielerin Auch richtig Richtig schön rübergebracht Diese Umatmung Von den beiden Hat es für mich getan Und ich fand es Richtig traurig War Ich hatte auch echt Ein bisschen gehofft Dass Poppy mitgeht Weil was hält Poppy An die Brandyfoots Findest du nicht Dass die Dass die Entwicklung Dass sie jetzt die Kartenleiterin ist Und die Navigatorin Der Haarfurts Findest du das nicht Ich finde es total sinnvoll Also es ist eine Total sinnvolle Entwicklung Ich finde es auch sinnvoll Aber es hätte natürlich auch Diese Sam Frodo Dynamik Werden können Was sie ja Worauf sie ein bisschen Hingearbeitet haben Aber ich meine Dadurch dass Poppy Da bleibt Das heißt ja nicht Dass sie sich nicht Nochmal sehen Ich glaube schon Dass Nuri und Poppy Nochmal Also die Wege Werden sich nochmal kreuzen Ja aber es emanzipiert sie halt Doch als eigene Figur Das stimmt Also die müssen dann halt Nicht die ganze Zeit Beieinander chillen Und den Eben die Entscheidung Dass sie jetzt zu diesem Dass sie die Rolle Von Sardok übernimmt Und dass dadurch Die Haarfurts sich Wahrscheinlich ändern werden Und nicht mehr Die Leute zurücklassen Dass die Leute nicht mehr Einfach auf Trail gehen Sondern wenn jemand stirbt Dass sie dann auch Zu sich zusammen hinsetzen Und vielleicht im Sonnenuntergang Die Person verabschieden Und das ist ja Bei Sardok Siehst du ja schon direkt Wie die das zusammen machen Das ist ja gegen Die Tradition von Den Haarfurts Eigentlich hätten sie ihn Ja irgendwo rumliegen lassen Denn er ist He went off trail So okay Mysteriös Er ist halt verreckt Und wir sind gegangen Ja Und mit Poppy Die eben diesen Hintergrund Hat mit ihrer Verlorenen Familie Und Aber halt voll Die starke Persönlichkeit Das sich die ganze Zeit Für andere eingesetzt hat Ist das total Also für mich Der viel schönere Abschluss ihrer Figur Für die Staffel Also sehr poetischer Abschluss Mag ich eigentlich gern Ich mochte Also wirklich Ich mochte die Verabschiedung Von diesem Handlungsstrang Gerne Halt viel zu lang Das ging über 10 Minuten Ja Man hätte ein paar Verabschiedungen Vielleicht streichen können Aber Poppy und Nori Fand ich schön Ja Aber halt Also die ganze Sequenz Weil es fehlt an anderen Es fehlt dann eben an anderen Enden Ja klar Die Zeit Wenn wir 10 Minuten Uns verabschieden Aber in derselben Folge Riesige Plottwists Erzählen wollen Dann Muss man Das muss man wissen Ja Und dann haben wir halt Noch Genau Also Dann geht ja Nori Zu Zu Dem Zauberer Zu dem Stranger Und Danach kommen zwei Also wieder so Zwei Herr der Ringe Referenzen Die so ein bisschen Miteinander Intermingeln Und zwar Einmal Meint Nori Sie weiß nicht wohin Weil Er meint Dass sie den Weg leiten soll Und dann sagt er Wenn man mal nicht weiß Wohin Dann folge deiner Nase Und das ist so ein Mischmasch Aus zwei Sachen Die Gandalf gesagt hat Weil Frodo auch meinte Beziehungsweise nicht zwei Sachen Die er gesagt hat Also Frodo meinte In dem einen Film ja auch Er weiß nicht wo lang Und dann meinte er Irgendwie immer nach rechts Aber Da meinte er Das mit dieser Nase folgen Und das sagte er Mary in Moria Also Wieder zwei Hints Dass es sich hier Bei Gandalf handelt Aber wäre natürlich lustig Wenn nicht Also Es ist langsam so obvious Dass man es mal auflösen könnte Weil Findest du nicht Dass das eigentlich Schon eine Auflösung ist Weil wir Wenn wir das jetzt mal Zusammensammeln Wir haben das Wir haben diese Das Straight up Zitat von Gandalf Auch Es ist halt Wort für Wort Ja When in doubt Always follow your nose Dann haben wir Das mit dem Abenteuer Ja Das ist halt Diese Abenteuer Mentalität Dann haben wir die Motten In die sich die Die Slim Shadies auflösen Und die Motte Ist einfach ein Symbol Was mit Gandalf Assoziiert wird Und Ich finde auch Ich finde Der Schauspieler Macht das richtig gut Ich finde Im Acting Merkst du jetzt Diesen Switch Und es hat Sehr viel Gandalf Eske Elemente Dieses leicht Tüdelig Liebevolle Kommt irgendwie Direkt durch Und dann Können wir jetzt Ganz zurückgehen An die Sachen Die ich Als ich alleine Die Erstfolge Gemacht habe Gesagt habe Die ganzen Hints Die da schon waren Dass es Gandalf ist Es ist halt Im Endeffekt Höchstwahrscheinlich Jetzt hier Die most obvious Choice Die most obvious Auflösung Von diesem Rätsel Bisschen weird Weil Wie gesagt In der ersten Folge Waren die ganzen Hints Schon da Er stürzt bei den Harfuts ab Er hat diese Liebe Für die Hobbits Er hat da schon Mit Tieren geredet Es ist Und das mit dem Feuer Ist ja auch Ist auch ein Ding Was auf Gandalf Hinweisen kann Also Ja Sie lösen das jetzt Hier einfach Damit auf Ich glaube tatsächlich Es sind diese Motte Zum Beispiel Dass die jetzt In der Folge drin ist Das ist kein Zufall Ich glaube schon Dass sie uns hier Konkret eigentlich Sagen wollen Es handelt sich um Gandalf Die zweite Sache Ist auch Das habe ich auch noch In der ersten Folge gesagt Dass er ja absichtlich Heißt ja The Stranger Da habe ich gesagt Das machen Serien Immer nur Wenn sie den echten Namen Irgendwie verdecken wollen Wenn Es muss ja jetzt Es bricht sich runter Auf einen der fünf Zauberer Von den beiden blauen Wizards Die haben zwar Namen Aber wer weiß die Niemand Also Außerdem Und jetzt nochmal Die haben nicht Die haben ja nur die Rechte An Den Herr der Ringe Charakteren Ja und an den Und nicht am Zimmerillion Aber die blauen Die Blue Wizards Werden irgendwann Von Gandalf In einem Nebensatz erwähnt Werden sie Also es ist ja alles Ja ja Das ist alles Total kompliziert Also die rechte Situation Aber ich glaube tatsächlich Sie könnten sie theoretisch benutzen Die werden in so einem Die haben so eine Nebensatzerwähnung Und bestimmt Ja Sind die dann in diesem Appendix Was sie auch benutzen dürfen Vielleicht ist das da irgendwo drin Aber was wäre das für eine Also warum sollte das Studio Sachen die nur ganz wenig Leute freuen würde Die das halt wissen Also damit würden sie ja wirklich so die Leute die Die es im Meridian gelesen haben Die sich da richtig krass reingesteigert haben Würden ja nur die abholen Und nicht die Casual Gucker Und ich denke nicht dass sie diese Wahl treffen Ja finde ich schade Weil sie damit auch weniger Menschen Natürlich das ist mega schade Das ist auch meistens das Problem Mit diesen Ähm Dass Serien immer versuchen Das größtmögliche Publikum abzuholen Und dadurch Kommt es halt zu wenig spannenden Filmen Weil man immer versucht Auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen Weil sie nicht Sich sowas halt nicht mal wagen Aber dadurch dass es halt einfach kaum passiert Und dass da sehr viel Geld mit reingeflossen ist Denke ich nicht dass sie dieses Risiko eingehen Charaktere Zu introducen Wo niemand So ein Aha Also wo nicht niemand Wo ein paar Leute dann zwar krass Aber ein paar Leute diesen Aha-Effekt haben Ja also du müsstest halt über diese Schwelle rüberkommen Dem Publikum Klar Also dem Publikum zu vermitteln Dass es das wert ist Was du jetzt Neues erzählst Genau ja Äh Ich weiß nicht Also bei Gundive Ist es natürlich auch ein sehr riskanter Move Gundive neu zu besetzen Das war eigentlich mein größtes Kontra-Argument Wo ich gedacht habe Niemals Ersetzen die Ian McKellen Weil der so eine ikonische Performance hingelegt hat Und dass sie sich das Safe nicht trauen Ihn zu ersetzen Aber Also für mich ist es jetzt gerade eigentlich zu 95% sicher Es gibt noch diese paar Rest Sachen So dass sie jetzt nach Runen gehen Das ist geografisch mit den blauen Wizards Über die wir schon geredet haben Mit den blauen Zauberern Ist das ein bisschen verknüpft Die sind da rumgerannt Und Gundive sagt eigentlich auch selber Dass er nie in den Osten geht Also so ein paar Rest Hinweise sind noch da Dass er sich vielleicht um irgendwen anders handeln könnte Aber das wäre dann so ein Lore Deep Dive Das Das viel unwahrscheinlicher ist Dass sie das noch machen Ich glaube, dass es jetzt hier sehr viel Ja, ich glaube, dass sie das so etabliert haben Wie es jetzt ist Dann haben sie Gundive in ihrer Serie drin Aber Wenn Gundive da ist Dann Müssen Die anderen vier auch da sein Oder müssen irgendwann kommen Also ich kann mir vorstellen Dass sie das irgendwann verbinden Dass sie vielleicht die anderen noch reinholen Dass sie dann mit Gundive jetzt ihren Mainstream-Anker In der Serie drin haben Und Vielleicht Werden sie dann in Runen Wenn sie da sind Das irgendwie mit den blauen Zauberern verbinden Ich freue mich übrigens sehr drauf Runen zu sehen Weil hat man noch nie gesehen Finde ich spannend Dass die dann da eine neue Vollkommen neue Ecke von Mittelerde uns zeigen Da freue ich mich sehr drauf Und ich finde auch Ich kann tatsächlich mit der Entscheidung leben So Dass es Gundive ist Dass Gundive in der Serie drin ist Ich mag auch die Dynamik Die jetzt ganz am Ende zwischen Ihm und Nori war Ich glaube, das kann echt cool werden Wenn sie das gut ausspielen Aber ich bin trotzdem ein bisschen so Es ist so Ja, es ist halt jetzt die offensichtliche Route Und es nimmt Dem Ganzen ein bisschen Das Storytelling-Potenzial Uns was Neues zu zeigen Das ist halt ein bisschen schade Ja, außer man hat Wieder so einen Zeitsprung Also die sind da zum Beispiel Schon längst Aber Ja, denke ich nicht Dass sie das machen werden Ich glaube Das wird weiterhin diese Wander-Storyline sein Mit denen Also in der zweiten Staffel Wollen wir uns dann erstmal Darauf belassen Ich würde es erstmal dabei belassen Und dann nachher vielleicht Im Vergleich zurückkommen Genau Weil wir haben ja noch den großen Banger Der Folge Den großen Haupthandlungsstrang Der an Galate und Halbrand Von letzte Woche anschließt Er ist ja verletzt gewesen Und sie wollte ihn klugerweise Ins Elbenkönigreich bringen Damit er da medizinisch Behandelt werden kann Und da düsen sie dann auch In Windeseile hin Kommen sehr schnell an In Eregion Das ist die Schmiede Also da, wo Celebrimbo Auch seine Schmiede hat Wo auch Elrond Gerade rum Vegetiert Und die warten Auf Gilgalad Der da auch ankommen soll Und da müssen sie ihm Da eben die Neuigkeit überbringen Dass sie keine Lösung Gefunden haben Das Mifri zu bekommen Und dass die Elben Wahrscheinlich Mittelerde verlassen müssen Da kommt es dann zu Der Wiedervereinigung Von Galadriel Und Elrond Ich finde Deren Dynamik Funktioniert immer noch Sehr gut Ich mag das Die haben ja gedacht Sie hat Mittelerde verlassen Weil Also die dachten immer noch Sie ist auf dem Schiff Und ist nach Valinor Gesegelt Aber Ja Sie haben die Serie Nicht geguckt Galadriel ist Durch die Südländer Sudlande getobt Und kommt er jetzt eben Mit Helbrind an Der dann auch Geheilt wird Relativ schnell Er erholt sich Sehr schnell Ähm Und Merkwürdig schnell Merkwürdig schnell Und dann Kommen wir Zu der Schlüsselszene Für die Für die Herr der Ringe Nerds So wie mich Die alles schon Die es alles schon Enthüllt hat Weil wir sind ja Ja auch schon Spoiler Wir sind ja mit der Ich bin mit der Festen Einstellung reingegangen Dass es sich bei Helbrind Um Sauron handelt Ich hatte eigentlich kaum noch Zweifel Und dann ging diese Szene Mit Celebrimbor schon los Und wurde so ganz sneaky Durch diesen Türrahmen Gefilmt Wie so eine Beobachtungshorrorszene Als wäre da so eine So ein Creature Irgendwo in Schatten Der so Celebrimbor Beobachtet Und er fragt auch noch Hallo Ist da jemand Und dann kommt Helbrind Aus dem Hintergrund Reingeschlichen Und Schleimt sich direkt Richtig krass Bei Celebrimbor ein Dass er so der Große Schmied ist Und Dass er so viel Schon von ihm gehört hat Und Dann Fängt er an Mit Schmied Ratschlägen Sagt Celebrimbor Dass er das Mifril Eben mit anderen Materialien Vermischen muss Weil es sich so Alleine nicht Verarbeiten lässt Und Dass er es dann Mit so niedrigeren Materialien Anreichern muss Damit sie dann Irgendwas Größeres Draus Schaffen können Und Celebrimbor Bedankt sich dann Dabei Bedankt sich Für Die Ratschläge Und Der Schlüsselsatz Kommt dann am Ende Des Dialogs Als er sagt Ja also das Wissen was ich dir Gerade gegeben habe Nimm es als Geschenk Call it a gift Und das ist eben Der Satz Der dann den großen Plottwist Eigentlich schon verrät Für alle Leute Die sich mit der Lore auskennen Nämlich Saurons Deckname Im zweiten Zeitalter Und wir gesagt haben Aha Jetzt ist die Katze Aus dem Sack Und Also da war es Für mich auf jeden Fall Klar Es kam auch ganz kurz Tatsächlich nach dem Der Stranger Ist Sauron Bait Also Der war dann Relativ schnell Aufgelöst Und Tatsächlich Verhält sich Halbrin Dann die ganze Folge Danach Ab diesem Moment Verhält er sich auch Wie ein komplett Anderer Charakter Also super Er ist auf einmal Super scary Super shady Und Ja und auch Die Shots auf Galadriel Wie sie darauf Reagiert und so Das war schon sehr Sehr obvious Ich hab das Gefühl Die wollten Diesen Reveal Einfach nicht mehr So lang aufschieben Weil es halt dann Je klarer es wurde Desto Uninteressanter Ist ja dann im Endeffekt Auch dieser Reveal Und das ist halt Jetzt einfach Dann so klar gewesen Dass sie das glaube ich Deswegen super schnell Blöd gesagt So abgefrühstückt haben Ja Also ja vor allem Nachdem sie das Mit dem Gift gesagt haben Ja 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 Weil das auch so Es war so ein Satz Der im Dialog Auch voll den Gewicht Dem wurde voll Gewicht gegeben Ähm Ja also ab dem Moment War es klar Gilgalad ist dann Misstrauisch Weil er meint Wie soll bitte Ein Erz für ganz Mittelerde reichen Guter Punkt Frage ich mich auch Äh also Die ganze Logik Dahinter Wie sie ihre Gammelkrankheit Mit den Ringen Besiegen wollen Verstehe ich nicht Aber Das ist mir so Dahingestellt Ähm Caleb Rimor will Eine Krone Schmieden Aus dem Mifril Weil runde Gegenstände Hinweis 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 Ähm Die Kraft des Mifrils Wohl irgendwie Durch die Form Bündeln Und dann da drin Die ganze Energie Ist Und die Krone Soll dann eben Gilgalad kriegen Der sagt Spannenderweise Nein Äh Die Zeit ist zu knapp Er hat keine Lust Das zu riskieren Ähm Und die Elben müssen gehen Fand ich eigentlich cool Dass er da diese Position hat Weil bisher war er immer Ein bisschen Ein Arsch Und äh Man hat auch ein bisschen Gedacht Vielleicht arbeitet er Für sich selbst Oder ist ein bisschen Scheiße einfach Aber ich glaube Er ist einfach scheiße Weil er sich Um die Elben sorgt Und ähm Finde ich cool Dass er jetzt hier Auf jeden Fall sagt Nee ich nehme nicht die Mega krasse Krone Die ihr mir schmieden wollt Aus dem mega krassem Material Sondern wir gehen einfach Wir haben keine Zeit Ähm Er wird dann aber von Elrond Mit seinen eigenen Zitaten Überredet Dass sie das doch machen Äh Und Dann gehen sie eben Darüber Diese Die Das Schmieden Der Der Erstkrone Aber später Ringe Äh Anzufangen Dann kommt übrigens Das fand ich Zitat von Caleb Brimbo Sorry Dass sie auf der Schwelle sind Eine neue Kraft Zu erschaffen Nicht von Stärke Sondern vom Geist Nicht vom Fleisch Sondern über dem Fleisch Eine Kraft Der unseen world Und das ist ein Zitat Was Ada Genauso gesagt hat Und da An dem Moment Denkt sich Galadriel Hm Moment Unangenehm Maybe I fucked up Das war halt wirklich so Oh no Oh no Oh no Das ist so Der perfekte Der perfekte Meme Dieses At this moment She knew She fucked up Weil sie hat diesen Blick Auf ihn Und es ist direkt klar So Ich muss auch ein bisschen Ich muss auch schon wieder sagen Dass sie zum Beispiel Dieses Eine runde Form Eine Krone Diese Ausweitung War die nicht eigentlich Unnötig Jeder weiß Am Ende sind es eh so Der so dringe Dann redet doch auch direkt Von Ringen Es ist einfach Sehr Hakelig Geschriebener Dialog Ja Halt so mit so einem Augenzinkern Wo du das Augenzinkern Der DrehbuchautorInnen Durch die Durch die Zeilen liest Das mag ich auch immer Nicht so gerne Ja einfach null subtil Und ganz So Ich frage mich so ein bisschen Ob die uns für komplett dumm halten So Ich weiß nicht Du bist echt Du bist echt aufgebracht Ich finde das Naja Ja ich hab mich ein bisschen Für blöd verkauft gefühlt In der Folge Das hat mich genervt Also so Ja ich kann es auch verstehen Komplett Obvious Plot Twists Wobei natürlich die Frage ist Wie obvious ist es für Menschen Das Halber und Sauron ist Die sich nicht so doll Mit der Serie beschäftigt haben Wie wir Ich glaube nicht so obvious Nicht? Okay gut Nee Frage in die Runde Weil wir stecken ja voll In der Lore drin Frage in die Runde Ähm Wie fandet ihr Diesen Hashtag Diesen Hashtag Diesen In Anführungszeichen Plot Twist Dass Halber und Sauron ist Ich Die Entscheidung Selbst mag ich Tatsächlich Ich mag die Entscheidung Auch Aber Es ist kein Plot Twist Und es wird dargestellt Wie einer Aber es war viel Doch Das ist voll Natürlich ist das Ein Plot Twist Also Tatsächlich Ich glaube Die einzige Die einzige Gelegenheit Wo du als Casual Zuschauer Wirklich drauf Kommen kannst Dass es sich Bei Halber und Sauron Handelt Ist der Dialog Mit Ada Wo Ada Sagt Er hat Sauron Umgebracht Und Dass es dann Diese Spannung Gibt zwischen Den beiden Weil Ada eben Sauron Umgebracht hat Und Halber Und dementsprechend Ein bisschen Sauer Auf ihn Ist Und Dass er dann Am Ende Aus der Scheune Raus geht Und dieses Wer bist du Und er darauf Nicht antwortet Das ist glaube ich Der größte Hinweis Für den Für den So Gemeinen Zuschauer Ja Aber sonst Es sind halt solche Sachen Wie er hat Fahrer Sonne ins Ohr Geflüstert Er Er ist Er hat Diese Diesen Bezug Zum Schmieden Und solche Sachen Das sind Sachen Die dem Casual Zuschauer Ganz sicher Einfach Vorbeifliegen Also bei uns war es ja auch so Wir hatten noch kurz überlegt Ob Halberant einfach nur So was wie ein Mitarbeiter ist Von Sauron Mitarbeiter vor allem Also dass er eigentlich Ein Nazgul wird Oder halt der Witchking Ja aber da waren Das war noch ganz am Anfang Das war ganz am Anfang Ja Ja gut Kann sein Dass ich einfach aus einer falschen Perspektive spreche Und Dann ist das okay Aber ich kann Sagen Für mich Hat es einfach Nichts gemacht Also Genau Mich freut es schon Weil ich finde Ich mag Halberant Und ich finde es cool Und ich bin es gut Dass er jetzt Also dass er so der Antagonist wird Oder ist Also finde ich geil Ich meine nur Dass Mir das Mir hat einfach Der Aha-Effekt Glaube ich gefehlt Und das finde ich Ein bisschen traurig Ja mich stören Andere Sachen da dran Aber da möchte ich dann Das ist Für gleich Genau das machen wir dann Ja Ja also auf jeden Fall Geht dann das Schmieden los Halberant und Kille Brimbo Arbeiten da auch ganz Offensichtlich zusammen Das stört Galadriel noch mehr Und dann gibt sie eben Diese Recherche In Auftrag Dass Dieser eine Archivar Für sie nachguckt Was hat es mit der Hintergrundgeschichte Von Halberant auf sich Dann kommt ein ganz kurzer Dialog zwischen Halberant und Galadriel Der merkwürdig ist Weil Bisschen spicy Bisschen spicy Aber es ist genau Der Moment Wo ich gedacht habe Warum verhält er sich Jetzt so Also warum verhält er sich Jetzt so Offensichtlich böse Aber Ich glaube weil er das Erreicht hat Was er erreichen wollte Oder Aber will er nicht Trotzdem was von ihr Sagen wir so Ich glaube er Mag Also ich glaube er Schätzt Galadriel Wirklich Ja Also das kaufe ich ihm Komplett ab Und ich finde das Gibt Sauron Eine Ich will jetzt nicht sagen Menschlichkeit Aber es gibt ihm Wenigstens nicht Dieses komplett Ich bin der Böseste Von dem Bösen Sondern So ein Sowas Bissen wie Ada Also Das gibt ihm nochmal Ein bisschen mehr Tiefe Und dass man sich So ein bisschen mehr In den Rhein versetzen kann Sag ich mal Also ich habe das dem Auch abgekauft Dass er Galadriel Auf seine Seite ziehen will Und dass das auch mit Teil seines Plots war Ähm Das fand ich schon ganz cool Ja Äh Also es ist schwierig Also es kommt dann ja Der Der große Reveal Als sie ihn Konfrontiert Äh Am Fluss Mit der Hintergrundgeschichte Die sie dann eben Rausgefunden hat Dass die Könige Der Südlande Schon vor Vielen Hundert Jahren Ähm Dass die Linie abgebrochen ist Und es eben Keine Nachkommen gab Und er Rückt dann auch Sehr schnell raus Mit seiner wahren Identität Und dann Kommt eben Dieser Dieser entteilende Dialog In diesen Illusionen Wo er sie in Illusionen reinziehen kann Das ist übrigens Tatsächlich eine Kraft Die Sauron hat Äh Finde ich ziemlich cool Dass er das hier In der Stelle macht Aber Fandest du es nicht komisch Dass er es erst da macht? Wieso? Also Wenn ich mir überlege Dass Wir Diesen Sauron Da schon die ganze Zeit haben Warum haben wir Diese Kraft Nicht möglicherweise Es muss ja nicht sein Dass man direkt Also sonst Werdermann direkt gewusst Dass Herbend Sauron ist Aber Dass dieses Trickster mäßige Und dieses Visionen Also das Die Möglichkeit von ihm Gibt es ja so Visionen Leute In den Kopf pflanzt Also beispielsweise Wie geil wäre das gewesen Wenn Dieses ganze Ding Mit dem Monster Oder so Und den anderen Menschen auf dem Floß Wenn rausgekommen wäre Dass das alles Eine Illusion war Ja Das wäre aber Ja Also das wäre für mich Wieder ein kleiner Mindfuck gewesen So ein extra Ding Das In Retrospektive Rauskommt Dass er Galatrede Von Anfang an Immer wieder Mit so kleinen Häppchen Mit so kleinen Visionen Gefüttert hat Ja Ja schon Aber du kommst Dann halt in die Zwickmühle Von Overexplaining Plottwists Weil wenn Ich mag das auch Nicht so gerne Wenn ein Plottwist Kommt Und dann gibt es Diese ganzen kleinen Flashbacks Zu irgendwelchen Momenten Ach Oh Die waren jetzt Eigentlich alle anders Weil Da fühle ich mich Dann auch immer Als Zuschauer Wie dumm verkauft So Ich hab den Plottwist Schon verstanden Hätte man aber Dann so einarbeiten können Dass man mehrere Also über die Serie hinweg Mehrere Fragezeichen pflanzt Wie kann das sein Und so Und damit Also weiß nicht Dass man es halt dann weiß Aber die Fragezeichen Sind da Tatsächlich Die Dem ich der Ganze Der Ganze Aber es ist nicht Es ist nicht offensichtlich Es ist immer noch Der ganze Handelstang Von Halbrand Und Seine Motivation Wie weit Hat er jetzt manipuliert Was Wie hat er sich Wo positioniert Was war eigentlich Sein Ziel Wollte er wirklich Auf Númenor bleiben Und da erstmal manipulieren Ist er einfach mit Galadriel mitgegangen Weil sich die Gelegenheit gegeben hat Das sind alles Fragezeichen Ähm Wo Man nie so richtig weiß Jetzt im Nachhinein Was bedeutet was Wäre jetzt auch spannend Die Serie nochmal neu zu gucken Stimmt Und darauf zu achten Aber zum Beispiel Haben wir ja lang und breit In unserer Zeitsprung Theorie Äh erklärt Dass es keinen Sinn ergibt Dass er da Auf dem Floß ist Von den Von der Zeit her Von den Zeitsprüngen her Es ergibt mit seiner Hintergrundgeschichte Keinen Sinn Mit dem was er erzählt Es kann Warum ist er da Also warum trifft er da Jetzt gerade Ausgerechnet auf Galadriel Es kann natürlich sein Dass das Also ich gehe davon aus Dass das komplett Durchgeplant ist Ja genau Ähm Und da sind dann eben Die Fragezeichen Die man sich stellen kann Die man jetzt beim Rewatch Wo man da nochmal Darauf achten könnte Ähm Ja es ist Für mich ist die ganze Szene Auch Insofern kompliziert Dass ich nicht genau Verstehe Wie jetzt Die Motivation von Sauron ist Und wie er da raus geht Weil Die Sauron Direkt nachdem er von Nachdem Morgoth Also besiegt wird Ist er ja tatsächlich Er geht ja tatsächlich Zu Ähm Den Er bittet tatsächlich Um Vergebung Und er möchte tatsächlich Dieses Dieses Heilen machen Es gibt diese Phase Wo Sauron In diesem Mindset ist Worüber er spricht Dass sich diese Hand Von der Kehle gelöst hat Als Morgoth Gefallen ist Aber dann Ist es ja so Dass er dann zu den Zu den Göttern Hätte gehen müssen Zu den Waler Und sich da Und da um Vergebung Bitten Und sich denen Unterwerfen müssen Äh Und dann Da hat er sich dann eben Gedacht Muss nicht sein Das muss nicht sein Und da hat er Dann ist er eben Auf diese andere Fährte Gekommen Und ist in seiner Andertagestelle Drum gelaufen Hat angefangen Leute zu manipulieren Und weil wir Diese ganze Andertag Phase Übersprungen haben Weiß ich jetzt nicht Also ich gehe davon aus Dass er Galadriel Einfach die ganze Zeit Manipuliert Dass er Dass er böse Absichten hat Ähm Aber Es wird eben Mit diesen Motiven Vermischt Die in der sauren Figur Zu einer gewissen Zeit Sinn ergeben Und deswegen Verstehe ich In diesem Dialog Nicht genau Wie was gemeint ist An welcher Stelle Naja Vielleicht Sind da einfach Auch noch ein paar Sachen Die möglicherweise Im Nachhinein rauskommen Aber ich glaube Es hätte ich gesagt Ich glaube Es wird jetzt Also nimmt jetzt Komplett neue Handlungsstränge Ein Und komplett neuen Weg Ein neues Setting Und so Also Ich glaube nicht Dass wir da Auf neue Reveals Hinsichtlich Galadriels Und Halbruns Manipulations Orgie Ähm Verkommen Ja da Also da geht mir Tatsächlich ein bisschen Da fängt es nämlich an Mit den Problemen Die ich damit habe Da geht mir ein bisschen Story Potenzial verloren Und Ich finde den Reveal Okay Ich mag das Das Halbruns Sound ist Ich finde die Ausführung zu Kurz Genau Ich hätte da eben Was weggeschnitten Von dem Harfurt Handlungsstrang Ich hätte mir da Sehr viel mehr Kram drumherum Gewünscht Äh Und Dann weniger Solche Dialoge Wie Komm zu mir Auf die dunkle Seite Und wir Herrschen Als König Und Königin Über ganz Mittelerde Das ist halt so Dieser Darth Vader Imperator Klischee Monolog Den man schon In drei Milliarden Ähm Filmserien Whatever Gesehen hat Naja Es ist Es ist alles Nicht perfekt Es ist ein bisschen Hakelig Nicht die Ausführung Von dem Tourist Es wirkt Bisschen Unsicher Aber es gab Aber es gab Visuell coole Bilder Ich mochte die Spiegelung in dem Wasser Das stimmt Sauren Sauren Und Galadriel Mochte ich sehr gerne Ich mochte das Dass sie in diese Illusionen gegangen sind Ich hab mir gedacht Vielleicht Wenn ihr schon diese Kraft habt Warum kriegen wir nicht Noch ein paar mehr Illusionen Von Settings Die wir vielleicht noch nicht Gesehen haben Aber das war einfach nur Mein Wunsch Nach Spektakel Ich hätte möglich Ich hab Ich hab irgendwie noch so Eine letzte Sache erwartet Ich hatte irgendwie noch erwartet Dass Die Person Die da aus dem Wasser Hoch geht Die aussieht wie Galadriel Irgendwie sauren ist Ich weiß auch nicht Also Hab ich auch kurz gedacht Ja Ähm Weil Galadriel Dann auf einmal auch Übel Anders war Also sie hat Also wie sehr sie gepusht hat Dass diese Ringe gemacht werden Und so Obwohl ja eigentlich Sauren auch übel dahinter war Dass diese Ringe passieren Ähm Fand ich fishy Also so Aber War halt dann im Endeffekt Gar nicht so Ja Also das ist nämlich schon Dann kommen wir schon In die nächste Frage rein Was Warum überhaupt die Ringe Ja Bin ich da irgendwie Stehe ich da komplett auf dem Schlauch Weil die machen dann Die Ringe ja fertig Die machen dann Drei Ringe Aus Galadriel Erwacht aus dieser Illusion Halbrunt ist weg Ähm Elrond Ist Verdächtigt sie Findet dann auch die Schriftrolle In dem Fluss Und äh Findet dann eben auch raus Dass Halbrunt Auf jeden Fall Nicht der ist Der er vorgibt zu sein Ich glaube nicht Dass er die Schon die Ähm Die Verbindung zu Sauren macht Weil die ist super weit hergeholt Ich glaube nicht Dass er das Einfach so machen kann Ähm Aber Galadriel Sagt dann eben Allen Leuten nur Ja Wenn Halbrunt zurückkommt Dann Niemand von euch Verkehrt mit ihm Und wir machen jetzt Diese drei Ringe Und die bleiben nur Bei den Elben Und dann Also für mich ist das alles Ein riesiges Fragezeichen Warum Wollte Sauren überhaupt Dass diese Ringe da sind Wo sind die anderen Ringe Wann werden die anderen Ringe Geschmiedet Äh Also es sind ja noch Es sind ja insgesamt 19 oder so Ja Es sind ja super viele Also wo sind die anderen Er kann ja jetzt nicht direkt In seinen Schicksalsberg marschieren Und seinen einen schmieden Weil der eine hat ja die anderen Verdorben Außer die Elbenringe Die drei ja nicht Mhm Aber warum Also die Wir wissen ja Dass die drei Elbenringe Unbefleckt bleiben Und Dann ja auch von Von Galadriel Und Gandalf Und halt Figuren getragen werden Die Ähm Ja nicht von dieser Macht Korrupt werden Aber warum War er dann jetzt da Und hat geholfen Diese Ringe zu schmieden Das verstehe ich nicht Also Das ist nämlich eben das Ding Also Ich hab Am Ende Die Motivation Der verschiedenen Figuren Aus dem Auge verloren In diesem Handlungsstrang Ich glaub Galadriel Kann ich dir erklären Das wäre schön Weil Am Anfang Kriegen wir Die Die Diesen Satz Von Gilgalat Dass er sagt Manchmal Wenn du deine Sachen Wenn du deine Deine Mission So verbittert Verfolgst Dann wirst du selber Zu der Person Die das verwirklicht Also er sagt Galadriel In der ersten Folge Wenn du Sauron Immer weiter folgst Und daran glaubst Dass es dieses Dunkle gibt Dann wirst du irgendwann Zu der Person werden Die dafür verantwortlich ist Dass es dieses Dunkle gibt Und diese Charakterentwicklung Der Dolch Der dann eingeschmolzen wird Damit Kille Brimbo Die Ringe machen kann Der Dolch von Finrod Wird ja eingeschmolzen Steht symbolisch Für den Abschluss Von diesem Von dieser Jagd Die sie da hatte Weil sie Eben gemerkt hat Sie hat mit dem Mit diesem ganzen Hass Den sie hatte Und mit dem ganzen Mit diesen ganzen Energien Und dem Helfen Von Halbrand Eben nur Schlimmes Gemacht Und nur Für Zu Negativen Beigetragen Und Damit schließt sie ab Und Geht dann eben Diesen anderen Weg Mit über die Ringe Glaube ich Dass Sie jetzt Über die Ringe Ja auch für Weisheit Und irgendwie Oh Gott Das ist jetzt Die drei Ringe Stehen für Sachen Und Ich glaube dadurch Dann der Weg Der Charakterweg Zu der Galadriel Jetzt eingeschlagen wird Die wir dann irgendwann kennen Und dass dieser Turn am Ende Diese Richtung Symbolisieren soll Ergibt das Sinn? Ein bisschen ja Doch Aber es ist mir zu Dafür Wie On the nose Vieles andere ist Ist mir das zu wenig Ja generell Galadriets Figur Ja sehr unter der Oberfläche Ich mag das sehr Also Ich mag das gerne Ich bin ja Jetzt im Endeffekt Einer der wenigen Der sich voll Für Galadriets Figur Und ihre Figurenentwicklung Ausspricht Ich finde Das ist eine der Komplexeren Figuren In der Serie Ja aber da bin ich auch dabei Das stimmt schon Das ist nur Und vieles davon Ist eben unter der Oberfläche Ich passiert Wo dann die Anne Leute Immer kritisiert haben Sie läuft nur rum Und meckert Tut sie Fair enough Aber Ja es ist Es steckt halt was Dahinter Und ich glaube Dieses Das Einschmelzen Von dem Dolch Dass er eben Die große Die große Symbolische Geste Die dann Das fand ich cool Sagen soll Dass sie da mit der Vergangenheit abschließt Und jetzt mit den Ringen Dann in die Zukunft guckt Ja da muss ich aber sagen Das mochte ich Ich mag das auch Diese ganze Sache Mit diesem Dolch An dem sie so festgehalten hat Das fand ich Das war eine gute Auflösung Von dem Was auch so Ab Mit der Verbindung Mit dem Objekt Gut aufgelöst wurde Ja Ja aber jetzt kommen wir dann Zu den Sachen Die mich stören Ja Denn Die Die Serie heißt Rings of Power Also die Ringe der Macht Und Das Schmieden Von den Ringen der Macht Ist so ein Ein essentieller Ein essentieller Punkt In der Handlung Es ist Es bedeutet was Großes Und es bedeutet auch In der Lore was Großes Und Dieser ganze Dieser ganze Das dramatische Potenzial Von Anatar Also Sauron Als Anatar Der irgendwo Rumläuft Und Leute Manipuliert Und dann Durch diese Durch diese Durch diese Diese geflüsterten Worte Eben dazu Beiträgt Dass die Elben Langsam Langsam Dem Größenwahn Verfallen Und Dieser tragische Absturz Davon Das ganze Potenzial Wurde uns doch jetzt gestrichen Oder Liege ich da falsch Weil die Katze ist aus dem Sack Wir wissen jetzt halt Wir wissen jetzt halt Dass Halbrind Sauron ist Sauron ist Enthüllt Und er ist auch für die Figuren Enthüllt Und es wäre so als Plot Device merkwürdig Wenn sie jetzt in der nächsten Staffel Wieder damit anfangen Oh Sauron ist irgendwer anders Und keine von den Figuren weiß Wer Sauron ist So Okay Wenn man jetzt auf die Ja Halbrind ist Sauron Ja Ey At this point I take it I take it Weil weißt du Ich bin wirklich Ich bin Ich habe letzte Folge gesagt In unserem In unserem Podcast Dass ich fest damit rechne Dass Sauron Enthüllt wird In der Folge Die eben jetzt kommt Aber ich habe auch gesagt Dass es ja so sein muss Dass die Figuren Das noch nicht wissen Weil Dieser ganze Manipulationsarc Noch vor uns ist Und Äh Ich finde Also wenn man jetzt mal Wenn man drüber nachdenkt Gegen was haben sie das eingetauscht Dann hatten wir Ein staffellanges Versteckspiel Wo der ganze Joke eigentlich war Ist der Stranger Sauron Oder ist Halbrind Sauron Und wir suchen alle Fröhlich nach Sauron Und wir haben jetzt am Ende Diesen Plottwist gehabt Der halt so okay Ausgeführt war Und alles ist so okay Und man kann es sich Einfach geben Weißt du Es ist so Es ist halt das Finale Was erwartet war Aber Aber man kann auch Eine Serie schreiben Diesen vorgeschobene Handlungsstrang Da eigentlich was passiert Und das ist für mich Die viel spannendere Geschichte Warum streicht ihr das Also ich möchte gar nicht der sein Der so richtig krass auf die Lore pocht Und sagt Hey Leute Ähm Das muss unbedingt sein für mich Aber also Das ist so viel Story Potential Was ausgetauscht wurde Für mich Für ein Staffellange Halbgares Mystery Plot Also Ja Das klingt fies Aber Ja für mich Also ich finde es auch mega komisch Dass die jetzt alle von Sauron wissen Das hätte man irgendwie auch jetzt so aufbauen können Dass halt Ja genau Wie du bereits gesagt hast Nur die ZuschauerInnen das wissen Dass er Sauron ist Aber halt alle anderen nicht Und dass wir sogar das Schmieden von den Ringen Warum muss das jetzt so schnell hintereinander weg Ja Wer hat mir jetzt 20 Minuten von Jetzt das Staffelminenfinale Ja warum muss das jetzt passieren Warum Also Ja Weil man hätte das vielleicht auch sogar so machen können Dass dieses Wie Sauron sich jetzt so langsam Bei den Elben einschleimt Und sowas Hätte man so geil machen können Aber so hat es sich jetzt nur bei Galadriel reingeschleimt Ja und halt paar Minuten bei Killebrimbo Ja genau Also Und die Dynamik mochte ich Stell dir vor Wir hätten Wir hätten gesehen Überfolgen Wie dieser Schöne Elb Killebrimbo einfach Zerstört mental Weil der war am Ende schon super tatterig Er wirkte jetzt irgendwie merkwürdig Weil er Er konnte gar nicht mehr sagen Woher hatte diese Sätze Aber das Einzige was wir gesehen haben Ist dass Halbrin so Zwei Schmiedetipps gegeben hat Das ist das Was wir als ZuschauerInnen bekommen haben Stell dir vor Wir hätten so eine ganz Makabere Story gehabt Wo Sauron Und wir wissen Ist es Sauron Einfach Für den Untergang Von diesen Figuren Verantwortlich ist Und Killebrimbo dann Im Endeffekt Als Gefallene Figur Dasteht Super spannend Und vor allem Weil er ist jetzt Ich finde jetzt Killebrimbo ist jetzt Ein Charakter Dem bin ich nicht nah Also Ich mag ihn nicht besonders Ich fand ihn am Anfang Voll shady Und jetzt ist er gut Dieses kurze Tool gewesen Der den halt Geschmiedet hat Aber man hätte Jetzt in der neuen Staffel Viel mehr Emotionen Zu ihnen aufbauen können Aber ja Das hat irgendwie Verschenkt das Potenzial Was ich so schade finde I don't know Also Ich bin jetzt gespannt Wie sie Also dadurch Dass so viele Fragezeichen Beantwortet wurden Welche neuen Sich halt In der nächsten Staffel Aufschuhen werden Vielleicht lassen sie es Auch mit diesen Mysterien Ja das kann sein Aber dann hoffe ich halt Ja ich Ich mochte die Ich muss sagen Ich mochte die Fragezeichen schon gerne Die haben mich da auch So ein bisschen gecatcht Ja schon Weiß nicht wie das jetzt wäre Wenn die das weglassen Also es sind jetzt halt Die offensichtlichen Antworten Da drauf gewesen Ich hab ja letzte Woche Noch in den Kommentaren Auf einen Kommentar Geantwortet Wie ich gemeint habe Ich finde es eigentlich okay Das über Acht Folgen zu ziehen So ein Mysterium Ja Aber wenn es dann im Endeffekt Die Antwort ist Die du als erstes Kommen siehst Dann ist es halt so ein bisschen Ach Leute Genau Das war ja auch das Was ich am Anfang gesagt hatte Weil die Harfords hatten so viel Screentime Ja ja Übel Also Hosen wie sie auch sind Das Was ich auch Dann mal gemerkt habe Ist wie schön die Dynamik Eigentlich Also jetzt in der letzten Folge Wie schön die Dynamik Zwischen Galadriel und Elrond ist Ja Und Elrond ist der Elrond ist der MVP Wie wenig wir davon gesehen haben Hm? Elrond ist der MVP der Staffel Ja Ohne Frage Der bringt Immer Ruhe rein Der bringt Ach ich weiß nicht Also Ich mochte das Wie die beiden miteinander geredet haben So ein bisschen die gebrochene Galadriel und Elrond Als so Ihr Seelen klemmten ein bisschen Ja Und gut Davon werden wir wahrscheinlich Dann nächste Staffel viel mehr sehen Worauf ich mich freue Ähm Und ich hoffe natürlich Ich hoffe auf einen Angezogeneren Eine angezogenere Handlung Von Nori Und Dem 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 Wizard Die mehr beiträgt Ja Mach du Ne Es ist auf jeden Fall Die einfach mehr zur Handlung beiträgt Was sollst du sagen? Ähm Eine kleine Kleiner visuelle Kniff Der mir aufgefallen ist Die Folge fängt an Mit dem Auge vom Stranger Und die hört auf Mit dem Auge von Herbrand Also Sauron Der ja dann Zum Schicksalsberg läuft Und Ich glaube Da hatte ich auch schon Letzte Woche Darauf gepokert Dass diese Reveals Jetzt eben kommen Die Enthüllung Von den Plottwists Und dass die beiden Dann voll Die Extreme von Gut und Böse Inszeniert werden Und ich glaube Ja Dass dann Dass wir da in der zweiten Staffel Bestimmt auch mit dem Nori Stranger Handlungsstrang Bis in den Bezug kriegen Dass die beiden Jetzt so die Gegenspieler sind Die beiden Extreme Die beiden mächtigen Maya Die Ja Auf der Erde sind Und auf Mittelerde sind Und da Rumhühnern Was ich Was ich ein bisschen Ich weiß nicht Wie stehst du dazu Dass sie diesen Offensichtlichen Saurons Auge Dieser Saurons Auge Referenz gebracht haben Als die Ringe Geschmiedet wurden Da haben die ja Das Mithril reingeworfen Und dann hatte das Da diese komische Iris Optik Und dieses Feuer Umrum Das hat ja schon Sehr stark Ja An dieses Auge Erinnert Ich mag das Ich mochte es auch Obwohl ich auch Sagen muss Das hat natürlich Aus dieser Ringschmiede Was Schlechtes gemacht Obwohl die ja Eigentlich gut sind Aber da kommt Natürlich wieder das hin Warum hat Halbrandt geholfen Ist Also wirklich da Wenn ihr das wisst Das ist Da stehe ich total Auf den Schlauch Wenn ihr das wisst Dann bitte Unten in die Kommentare Weil Die ganze Motivation Hinter dieser Ringschmied Aktion Ist für uns Sehr vernebelt Ja Plot Twist Galadriel und Sauron Haben den Körper getauscht Galadriel Ist gerade auf dem Weg Nach Mordor Und versucht alles Zu retten Und dabei sah sie Sehr böse aus Und hat ganz 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 dramatisch Ihren schwarzen Mantel In den Wind Geschwungen Ja Ich hab ja schon mal gesagt Diese Maya sind einfach Drama Queens Ich liebe das Ist so Ja sehr Das ist grandios Übrigens wird unsere Drama Queen In Mordor wahrscheinlich Auf Ada treffen In Staffel 2 Oh ich hoffe sie freuen sich wieder an Ich bin Team Ada Eindeutig bin ich Team Ada Aber ich denke Ada wird sterben Ja Meine Prognose Und es wird ein Hinterlistiger Ich glaube es wird ein hinterlistiger Mord Von Sauron auf Ada Als Sauron so tut Als würde er den Orks was Gutes tun Und im letzten Moment ist Ada dann einfach nur das Tool Und dann wird er umgebracht Das wird ein emotionaler Moment Vielleicht verkleidet sich Sauron auch als Fraff Und infiltriert damit die Ängsten Reihen von Ada Jet Brophy Wir wollen dich wieder sehen Dankeschön Shoutout Shoutout an Jet Brophy Wrath Ja Wrath Er ist ja tot Ja Das hat Ada aber nicht mitbekommen Stimmt Okay Return of Wrath Wrath of the Rings Return of the Wrath Return of the Wrath 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 Ich werde es aufgeben Okay cool Ich würde sagen Damit haben wir ja auch schon unser Fazit Irgendwie hier in diese Besprechung mit eingefleucht Das ist kein Wort was existiert Es tut mir leid Möchtest du ganz kurz Möchtest du ganz kurz nennen Wenn du es ganz kurz jetzt Wir sind ja jetzt in der letzten Folge Wenn du ganz kurz ein Fazit abgeben müsstest Was hat dir gefallen was nicht Weil ich habe das Gefühl Sonst enden wir jetzt hier so negativ Wir mochten ja die Serie Genau Wir mochten Ja Also Was mir gefallen hat Sind die Figuren Die Entwicklung der Figuren Ob sie jetzt Also das ist ja was Wo voll viele Leute dagegen gehen Also ihr könnt mich gerne Feindet mich gerne an Ist in Ordnung Kann ich mit leben Weil es gibt ein paar Charaktere Die wirklich ans Herz gewachsen sind von mir Ich mochte Ich mochte Auch wenn die Zum Beispiel Harfords Handlungsstrang ist weird Und in die Länge gezogen Aber trotzdem mochte ich die Leute davon Und dadurch hat mich das trotzdem Daran gebunden Und das bindet mich auch an die Serie Nachhaltig Und ich bin halt Wenn ich Serien und Filme gucke Super Charakter getrieben Also Deswegen funktioniert das für mich Handlungstechnisch Fehlte mir einfach der Wow-Effekt Im Sinne von Plot-Twists Was durch die letzte Folge Hat leider jetzt rauskam Ähm Aber Das hat Look und Musik Wieder wettgemacht Also alles in allem Finde ich Ist weiterhin eine gute Serie Aber sollte handlungstechnisch Anziehen Ja Es variiert halt unglaublich Von Handlungsstrang zu Handlungsstrang Das ist halt das Ding Also Elrond Und Durin Haben Sind solche Höhen In dieser Serie Also es Es funktioniert so gut Alles was mit den Zergen zu tun hat Funktioniert so 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 gut Für mich Das ist jetzt halt meine persönliche Meinung Funktioniert alles was mit Galadriel zu tun hat Sehr gut Abgesehen von Numenor Also nur ihre Figur Im Mikrokosmos Ich Ähm Mag alles was mit Ada und den Orks zu tun hat Ich fand die Sechste Folge Udun War Top Das war die beste Folge der Staffel Ähm Das heißt es gibt einfach ganz viele Sachen Die funktionieren Ich liebe auch die Figuren Da kann ich mich nur mega Doll anschließen Ähm Deswegen ist das Potenzial total da Für eine Funktionierende zweite Staffel Weil das haben sie geschafft Die Figuren Sind Die Figuren Die Figuren wachsen ans Herz Die sind Nicht schlecht geschrieben Und Ich finde der Haarfuternstang ist auch das perfekte Beispiel So Der ist super langsam Kaum was passiert Aber Nori und Poppy und der Stranger Die funktionieren für mich So Malva oder so Das ist jetzt einfach mal so dahingestellt Das ist ein so Oder Sardogs Ableben hat mich jetzt auch nicht gejuckt Aber Weißt du Also so Solche Sachen Aber dann Kommt eben das Pacing Das Funktioniert Stellenweise gar nicht Also Folge Drei Vier Fünf Das war für mich der Tiefpunkt der Serie Wo wir so in Numenor festgesteckt haben Und nichts passiert ist Diese unnötigen Handlungsstränge mit Kämen Das sind dann Figuren die ich nicht brauche Es sind zu viele Subplots Isildos Schwester brauche ich nicht Warum waren sie jetzt auch in der letzten Folge drin Ähm Es braucht einfach mehr Fokus an manchen Stellen Langsames Erzähltempo ist total okay Wenn Es mit Figuren und Emotionen gefüllt wird Und nicht mit heutzutenden Dialogen und erzwungenen Plotentwicklungen Ähm Also es ist ja Es wird eine Achterbahnfahrt Es ging auf und ab Ich mochte das Intro Ich mochte die ersten beiden Folgen Die haben mich abgeholt Die waren so einfach sehr nett Dann ging es für mich bergab Ich war viel gelangweilt Ähm Theo hat mich genervt Isildo hat mich genervt Numenor hat mich genervt Dann kam Udun Es ging steil bergauf Im Gegensatz zu der ganzen anderen Welt Mochte die Folge danach ja auch richtig gerne Ähm Und jetzt Das Finale Ist für mich so ein Joah Habe ich alles kommen sehen Ist für mich logisch Ist logisch, dass sie es so machen Nichts Auf dem Papier stört mich jetzt unglaublich doll Ich hasse es, was sie dadurch ausgelassen haben Ja Aber naja Darüber haben wir dann jetzt schon genug geredet Genau Okay Wie soll es weitergehen mit Step by Step? Wie wird es weitergehen mit Step by Step? Genau Ich ähm Ich finde wir haben ja jetzt ein Schönes Ende gesetzt An Diese Staffel Ich mochte Ich mochte Ich habe mich immer sehr gefreut Und ich werde das auch vermissen Aber vielleicht ist auch diese Pause Die haben wir uns auch ein bisschen verdient Ähm Weiter gehen mit Step by Step Beziehungsweise die vierte Staffel von Step by Step Ich weiß nicht Darf ich es schon revealen oder? Ja, reveal mal Okay Und zwar Die nächste Serie, die wir durch Durch Hören werden Was? Nein Durchsprechen werden Wird die zweite Staffel von White Lotus sein Ich hoffe da draußen gibt es ein paar Leute Die vielleicht jetzt Äh Uns hören Die sich auch für diese Serie interessieren Wenn ja Freuen wir uns natürlich sehr Wenn ihr da wieder einschalten werdet Und Oder möglicherweise Guckt auf jeden Fall die erste Staffel White Lotus Weil die ist sehr, sehr gut Grandios Genau Also Das ist was komplett anderes als Rings of Power Aber Daniel und ich sind riesige Fans Lieben die Serie über alles Und freuen uns extrem darüber Sprechen zu dürfen Wieder die zweite Staffel Und vielleicht Ähm Werden wir wieder In den Kommentaren schreiben Miteinander Oder Ihr schaltet wieder ein Würden uns sehr freuen Und wenn nicht Werden wir uns auf jeden Fall Zur zweiten Staffel Und alle die die zweite Staffel gucken wollen Äh Rings of Power Wir hören Und mit diesen Wunderschönen Worten Sophie Auf Wiedersehen Es war mir eine Ehre Rings Mit dir zu Rings of Power Das war mir auch eine Ehre Mit dir zu Rings of Power Also Adieu Oder wie Unser Herzstück Elrond sagen würde Um damit auch den Podcast zu beenden Na Marie Tschüssi Tschüssi Gäste 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 Gäste